Hallo und herzlich willkommen in Wieners World. Echt mega genial, dass ihr wieder bei mir gelandet seid. Heute, wie ihr sehen könnt, mal wieder mit dem Speedy unterwegs. Und ja, ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute mal meinen Lieblingsmetzger auf der Schwäbischen Alps. Der ist in St. Johann Gechingen, so heißt es Nest. Und ja, der Metzger heißt Feilenschmied. Ich hoffe, ihr feiert die Aufnahme im Roller hier mal wieder. Lasst gerne einen Daumen nach oben, der Kuss geht raus an euch. Und ja, der Kuss geht raus. Und ja, der Kuss geht raus. Echt? Ja, der Kuss geht raus. Und ja, der Kuss geht raus. Und ja, der Kuss ist schön. Ja, der Kuss geht raus. Und ja, der Kuss geht raus. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.